Hahaha Das ist wirklich cool Oh, ja Merkt ab, wir fasseln nicht mit einer Treiz da Warum wechselt ihr euch nicht ab? Ah, Bartelt, guck mal, da ist die Rattertante aus dem Flieger. Oh, schön, dass ihr da seid. Wir folgen in Las Vegas. Oh, wir, wir haben bisher noch nichts eingeschoben. Oh, das tut mir aber wirklich sehr leid. Und ich? Für mich haben sie voll gebürstet. Oh, darum muss ich jetzt auch mit dem Bus hier durch Amerika fahren. Ich freu mich ja so, dass ihr mitfahrt. Jim, Jim, ich möchte dir zwei nette Jungs vorstellen. Das hier sind Travis und Bob. Wie war doch nochmal dein Nachnamen, Schatz? Mein Vorname ist Bud.